Hey Leute, willkommen wieder zu Dragon Quest 7. Wir sind im gegenwärtigen Grönkilde und haben uns auch schon ein Fragment geschnappt. Müssen uns aber noch ein bisschen umsehen, alles haben wir noch nicht gesehen. Aber mal sehen, dass wir noch alles zu Gesicht bekommen. Viel kann es auf jeden Fall nicht mehr sein. Wir werden heute auf jeden Fall noch den Ort verlassen und uns dann mal den Ydrasil ansehen. Ein bisschen Gold, nichts besonderes. Schwupp. Was haben wir denn da noch? Leider so gut wie gar nichts, das ist ein bisschen schade. Na gut, dann sind wir wirklich bald fertig. Ei, 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 es ist nicht gerecht, einer mag zu einem großen Raum allein sauber dachen zu lassen. Wow, hier ist jemand Kunstsammler an der Wand taint ein Gemälde. Wow, keine Informationen dazu, na gut. Spannend, ob da wohl irgendwas Easter Eggs sind aus anderen Dragon Quest Spielen? Ein Schild? Kann ich jetzt leider nicht so wirklich sagen. So, was haben wir denn hier noch? Ein Zylinderhut, aha, okay. Bücherregal, ein altes Notizbuch. Puh, sieht so aus, als hätte ich die Säcke, die hinter mir waren, abgeschüttet. Ich bin der unvergleichliche kleine Korvo, der letzte in einer langen Tradition von Dieben und Schurken, die bis zum legendären großen Korvo zurückreicht. Zumindest sagt mein alter Herr das. Scheint, dass der große Korvo dazu neigte, verschlüsselte Botschaften in den Orten zurückzulassen, an denen er sich auffielt. Ich habe es mir nur in den Kopf gesetzt, diese Botschaften zu finden und sie zu entschlüsseln. Keine Frage, ich bin der Richtige für dieses Vorhaben. Solche Dinge liegen hier bei uns ja in der Familie. Eine alte, aber wohl erhaltende Orgel. Jemand hat offensichtlich viel Zeit dafür aufgewendet, sie in Schuss zu halten. Ah ja. Jedenfalls steht hier jemand auf Kunstwerke und so weiter. Das sieht man sofort, ne? Das ist keine Frage. Wir haben ja nochmal einen Riesenbalkon. Aber der Besitzer scheint gar nicht zu Hause zu sein, ne? Na gut. Dann haben wir, glaube ich, auch wirklich schon alles in diesem Ort gesehen. Dann können wir jetzt eben wirklich zum Hydrasil aufbrechen. Mal sehen, was sich da alles getan hat, ne? Ich bin gespannt, ob es auch einen Ort gibt, um dann eben regulär Hydrasil-Blätter zu kaufen. Das würde jetzt so Sinn ergeben, ne? Ist halt die Frage, ob die tatsächlich komplett limitiert sind. Oh, hier gibt es auch noch einen Fragment. Sieh mir einen an. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich meine Dankbarkeit in Orte fassen soll. Für den Anblick dieses herrlichen Baums hat es sich gelohnt, so lange zu leben. Ich habe immer gewünscht, ihn zu Gesicht zu bekommen, bevor ich diese Welt verlasse. Und dieser Wunsch ist nun in Erfüllung gegangen. Der Legende nach soll eine Waldfee allerzeit über Hydrasils Wuchs gewacht haben. Und wenn ich ab und zu diesen blauen Vogel durch seinen GS-Tüpfen sehe, nun da frage ich mich, ob es nicht die Fee ist, die sich verwandelt hat. Doch ich fürchte, meine Fantasie geht mit mir durch. Und die Legenden sind nichts weiter als Legenden. Wir haben hier auf jeden Fall ein rotes Fragment. Das hat sich nicht besonders gut versteckt. Aber wir haben es. Wunderschön. Perfekt. Könnte kaum besser sein. Grissel, das rote Fragment. Moment, Quatsch. Mit dir habe ich gerade geredet, Mensch. Es liegt daran, wenn hier so viele Leute mal gleich aussehen, ne? Ich fälle in diesem Wald nur schon seit fast 20 Jahren Bäume. Und allmorgendlich grüßt mich der wunderschöne blaue Vogel, der in Hydrasils Krone lebt mit seinem Lied. Das versüßt mir jedes Mal den Tag. Jawohl. So, was haben wir denn hier noch alles, ne? Ah, wer bist du denn? Boah, Hydrasil ist schon beeindruckend, oder? Bis ich ihn mit eigenen Augen sah, dachte ich, es sei nur ein großer Baum. Diese geheimnisvolle Aura, die alles hier durchdringt, hätte ich gar nicht erwartet. So, dieses alte Haus gibt es auch nicht mehr. Diese Waldhütte, na gut. Na, das Fragment hätten wir. Anscheinend gibt es dann gar nicht mehr mehr zu tun. Wir haben ja eigentlich mit allen geredet, ne? Von daher... Machen wir uns wieder auf den Weg, direkt zum Tempel der Mysterien, oder? Würde ich sagen. Zuflucht könnten wir theoretisch wahrscheinlich jetzt auch ausbauen. Ich glaube sogar einiges. Aber... Ja, das kann man eben jederzeit machen, ne? So sehe ich das. Ja, gehen wir zum Tempel der Mysterien. Ohne großes Wenn und Aber. Muss sowieso mal sehen, ob wir überhaupt schon vervollständigen können. Ich glaube es, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, also... Das ist bestimmt unser weiteres Vorgehen, nicht wahr? Sehen wir doch mal. Willkommen in der Kammer der Fügung. Ja, ja. Säulen auswählen. Rote Säulen. Ihr entscheidet euch für rote Säulen. Allerdings tue ich das. So, hier sind wir auch schon relativ weit. Ich schätze mal, die Mitte wird es sein, oder? Jo, da haben wir doch schon einiges. Ach du meine Güte, wie ist das denn gedacht? So, hm? Jo. So, du bist dann das untere Teil. Schuwupp. Und tatsächlich, wir können es auch schon vervollständigen, wo wir hier wohl hinkommen. Ein umgedrehter Schuh sozusagen. Ein umgedrehtes Italien. So, wo sind wir denn hier? Hm. Kein Monster in Sicht. Das ist ja mal überraschend. Dafür, dass wir in der Vergangenheit sind. Oder sind wir einfach zu OP und die denken sich alle, nope. Tut uns leid, wir haben keinen Bock zu kämpfen. Das kann natürlich auch sein. Ach so, Schutz Aura war noch aktiv. Na ja, gut. Nach Nordwesten zur El Magnifico Fuente de Fuente. Okay. Alles klar. Ah, aktivieren wir doch nochmal die Schutz Aura, ganz im Ernst. Das macht das ganz einfach immer so unbeschwerlich. Das ist immer so praktisch. Kann man sich so schön in Ruhe umsehen. Das ist doch immer wieder herrlich. So, wo sind die Schätze, hä? Wo sind sie? Na los. Oh, hier gibt es gleich drei Dörfer, oder was? Und eine Brücke ist da ja auch noch. Vielleicht gibt es sogar noch mehr. Dann sollte ich dann da schon hintergehen? Ach, pappalapapp, warum nicht noch? Kann man schon mal machen. Was haben wir denn da? Das sieht ja interessant aus. Leider keine Schatzkiste weit und breit. Das ist natürlich sehr schade. Oder gibt es vielleicht da hinten irgendwas oder so? Keine Ahnung. Manchmal sind die... Aha, sieh mal eine Ahnung. Ich sag's doch. Manchmal sind die eben echt gut versteckt. Was haben wir denn da? Ein Silberkürast. Ja. Haben wir schon ausgerüstet. Kann es nicht sowieso nur einer ergriffen? Ich glaube fast. Aber ist auch egal. El Estudio de Fuente. Das heißt, immer diese roten Regionen sind wohl alle ein bisschen spanisch gehalten, oder? Von den Namen und so weiter. Hm. Das sieht ja lustig aus. Was ist das denn hier? Huch. Na, irgendwie erinnert mich das doch an einen berühmten spanischen Künstler. Diese ganze Inneneinrichtung und so. Es ist alles so durcheinander. Allerdings, allerdings. Das könnte exakt von der Architektur hinhauen. Aber okay, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob meine Theorie da stimmt. Senor Fuente, es ist stupendo. Es hat gerade die Arbeit an Su Magnifico Fuente, die unglaubliche Brücke, fertiggestellt. Und schon plant er sein nächstes Projekt. Ihr dürft ihm gerne einen guten Tag wünschen, wenn ihr mögt. Aber ich kann nichts garantieren, dass es euch den Mist den Kopf abreißt. Oh Mann, ey. Ist aber auch ein heiles Durcheinander hier. Hinsicht sich Bücherregale an. La Dora de la Hora. Für die durchschnittliche Person existiert nur eine Zeit, die Gegenwart. Tatsächlich ist jedoch... Tatsache ist jedoch, dass Parallelwelten existieren, das Portal des Orten gibt, an denen Zeit sich in der Tat gänzlich anders fällt als hier. Diejenigen, die ein intuitives Verständnis davon haben, dass in Sachen Zeit nicht alles so ist, wie es erscheinen mag, kann man nur mit einem Wort beschreiben. Genies, mein prachtvoller Urturm ist ein Versuch, dem Laien die Faszination dieser Art von Brüchen im Zeitgefüge begreiflich zu machen. Selbstverständlich werden diese Leute nie wirklich in der Lage sein zu verstehen, was mein außergewöhnlicher Geist erfahren hat. Vielleicht gelingt es ihr jedoch, zumindest die grundlegende Idee zu erfassen. So, hier gibt es nichts Interessantes. Bücher über Architektur und Design, ja, ja. Ich glaube, da liege ich schon durchaus richtig. Fuente. Mal sehen. Wenn ich hier eine Säule platziere und hier einen Freiraum lasse. Perfekt. Und jetzt kommt das hier hin. Ui, was wollt ihr? Estoy ocupando. Seht ihr nicht, dass ich beschäftigt bin? Deja, mehren Pass. Lasst mich in Ruhe. Na gut. Eine Katze. Ah, schicker Ausblick. Kann man hier irgendwas Interessantes erspähen? Nicht so wirklich, ne? Also mit dir können wir gar nichts machen, oder? Nope. Anscheinend nicht. Na gut, dann gehen wir eben wieder. Aber jetzt wissen wir zumindest schon mal, dass hier ein Architekt und Designer lebt, der sich ganz gerne mit Zeiten befasst auch unter anderem. Und das ist doch schon mal was wert. Keine Ahnung. Vielleicht wird uns das ja noch nützlich sein. Schutz Aura aktivieren. Jederzeit. Ja. Wir sind gut genug trainiert. Genau. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Dichte drin. Nicht so viele Kämpfe. Ein bisschen mehr Story. Mehr Erkundung, etc. Das ist dann doch ein bisschen besser, finde ich. Na. Denn momentan sind wir levelmäßig doch echt gut dabei. Merkt man eigentlich schon, wenn man in einem aktuellen Gebiet ist und die Schutz Aura überhaupt funktioniert, ne? So, wie auch immer. Da wären wir in El Zirculo. Also ich glaube, wirklich in den roten Regionen hängt alles ein bisschen zusammen. Von morgen an können wir endlich die Brücke nach Norden überqueren. Ich gehe mit meinem Vater zur Eröffnung. Es kann kaum erwarten. Willkommen im Kramladen. Hast du irgendwas Neues? Nope, auch nicht. Sehr unspektakulär alles mal wieder, ja. Aber wir können jede Menge Dinge zerhauen. Das ist doch wieder herrlich, ja. Klonk, klonk. So. Was bist du für einer? Senior Fuente hat mir versprochen, dass er mir einen ausbaut. Also habe ich alle Baumaterialien im Vorhaus gekauft. Das Problem ist nur, dass sein Maestro immer erst mit der Arbeit anfängt, wenn ihm die Muse küsst. Tja. Schawupp. So. Klassische Kirche eben wieder. Hier ist das mal umgedreht. Diese Kirche ist etwas in die Jahre gekommen, no? Vielleicht wird es langsam Zeit, sie zu renovieren. Das Beste wäre, wenn unser Einheim ist es die Nive Senior Fuente darum zu bitten. Sie ist es bereit vor mir. Diese Kirche wurde zur Touristenattraktion. La Maravillosa Iglesia de Fuente. Und wir könnten einen Eintritt verlangen. Da geht wohl meine Fantasie etwas mit mir durch. Diese alte Kirche hat ihren eigenen Reiz. Oh Mann, ey. Eigentlich ist das noch viel schlimmer, wenn man tatsächlich Spanisch als Fremdsprache gelernt hat. Da merkt man erst, dass das für ein heilloses Durcheinander hier ist. Ey, das ist ja unglaublich. Gott, oh Gott. Das verwirrt mich irgendwie voll, weil die ganz, ganz komischen Mischmasch machen. Ich weiß auch nicht. Sehr, sehr dubios das Ganze. Ein Reisegewand, okay. Das Mädchen, das hier arbeitet, ist ganz schön kopflos. Ja, der Arme. Der Arme Antonia passiert ständig irgendwelche Missgeschicke. Was geschehen ist, ganz unterhaltsam dabei zuzusehen, was sich so alles anstellt. Natürlich wünsche ich mir nicht, dass es sich tatsächlich wehtut. Dass sie die Treppe hinuntergefallen ist, war schon arg. Also haben wir hier einen Tollpatsch anscheinend auch. Ich bin den ganzen weiten Weg hergekommen, um die große Öffnung der Brücke morgens mitzuerleben. Und außer an dieser schäbigen Bruchbude war kein Zimmer mehr frei. Und als ob das noch nicht genug wäre, hat das Hausmädchen Milch über meinen schönen seidenen Ballkleid verschüttet. Ist das nicht das allerletzte? Ich wünschte wirklich, ich wäre nie hergekommen. Da ist nichts Besonderes. Okay, das ist auf der anderen Seite. Haben wir mit dir schon geredet? Ich denke nicht, oder? Wenn du die Wirtin suchst, sie ist in Senior Salvador. Das ist Praxis. Die muss der Latika begleiten, die hier arbeitet. Die ist heute Morgen leider ein wenig die Treppe hinuntergepurzelt. Oh Mann, ja, ja, die roten Regionen. Ich sag's ja nur, ne? Die tun hier ständig ein Sprachmischmasch. Produzieren, das ist nicht mehr feierlich. Ein Spitzhut, aha. Na gut. Weil es ja irgendwie ganz nett ist, ne? Also ich mag das ja, lokalisierungstechnisch ist es durchaus interessant, damit zu arbeiten, dass man tatsächlich Regionen, bestimmte Dialekte und so gibt. Hat auch was. Ein bisschen Jargon und so weiter einzubauen. Man muss aber trotzdem aufpassen, dass man es nicht übertreibt, finde ich. Also am schlimmsten war diese eine Region, wo die so mit furchtbarer Grammatik gesprochen haben, das mit den Robotern und so. Oh Gott, also das war wirklich ein Albtraum, fand ich. Wenn im Großen und Ganzen das so schon passt, wie wir das hier machen. Unser Urturm ist die Symbol unserer Stadt. Und nun kommt eine erhabene Brücke hinzu. Weides haben wir dich nie von El Mastro zu verdanken. Er hat auch das Haus voll des Bürgermeisters in den Brunnen gebaut. Wahrhaftig, el Zerculo, gehört Senor Fuente. Aber wohnen will Senor Fuente? Ist hier. Hm. Es un poco extraño. Senor? Etwas merkwürdig. Ja, und hier gibt es ja teilweise ganz, ganz komische Sachen, die man so überhaupt nicht benutzen würde eben, wo der Mischmasch dann echt weird wird. Als die große Urturm La Torre de la Hora eröffnet wurde, gab es eine Grande Fiesta. Dieses Mal für die Brücke wird die Zeremonie noch größer. Diese Brücke wird unser Land mit dem unserer Nachbarn verbinden. Sie ist es wahrhaftig una Occasion monumental. Ah, klar. Die Eröffnungsfeier für die neue Brücke findet morgen statt. Me avuanto. Ich bin dabei. Es wird die größte Ereignis seit Jahren. Ihr habt wahrhaftig den perfekten Moment gewählt, um nach El Zerculo zu kommen. Ihr müsst unbedingt über Nacht bleiben. La Fiesta morgen wollt ihr bestimmt nicht versäumen. Hasta mañana. Bis dann. Als junger Mann war ich der Käpt'n der Fähre, die den Fluss überquert hat. Wenn die Brücke eröffnet, können wir einfach zu Fuß hinübergehen. Klar, ich freue mich darüber, aber gleichzeitig bin es etwas traurig, dass die Fähre nun überflüssig ist. Ja, es ist so langweilig. Todoramundo. Alle reden, sie überein und dasselbe diese Öffnung. Als würde es irgendwas bringen, endlos darüber zu schwafeln. Wir müssen doch nur bis morgen früh warten. Bei Sonnenaufgang geht es los. Da die Öffnungsfeier morgen stattfindet, bleibt der Laden geschlossen. Das bedeutet, dass ich heute Abend doppelt so viel verdienen muss. Venga, Bebamos, na los, meine Freunde, trinkt und seid fröhlich. Espera un minuto. Moment mal, ihr seid doch keiner. Ninios haben hier nie so zu suchen. Fuera, fuera, zieht Leine. Meine Güte. Tja, oh Mann, ey. Sprachmischmasch ist komisch, aber okay. Gehen wir mal weiter. Es gibt immer so viel zu erkunden, jedes Mal. Ah ja, sieh mal eine Ahnung, neues Equipment, ich hoffe doch, du hast mal wieder gutes Equipment. Wie wär's damit? Ja, das, ach nein, das ist ja, bei Mariebelle ist das momentan egal. Heilige Lanze und eine Eisenachse. Könnte wenigstens irgendwie extra Schaden machen, oder so, wenn das Teil schon heilige Lanze heißt, mal ganz im Ernst. Da muss ich noch drüber nachdenken. Das könnte eventuell interessant sein. Mal sehen. Mal sehen. Momentan sind wir so unglaublich am Magie zündeln die ganze Zeit, ne? Das ist ja schon unglaublich. So, Schildkrötenpanzer bringt uns wenig. Zauberrobe. Ja, ist ganz nett. Ritterrüstung ist zu schlecht. Weißer Schild ist zu schlecht. Zauberschild haben wir. Nope, nope, nope. Wieder nichts Interessantes dabei. Das ist aber auch zu schade. So, was haben wir hier, ha? Nichts. Wenn die Brücke morgen eröffnet wird, können die Mensen von der anderen Seite viel öfter zu uns kommen. Sie ist Glaube. Ich sollte die Ort verlassen und selbst den Fluss überqueren. Gott, ich mag das nicht, wenn der das CH komplett rausstreicht. Mal ganz im Ernst. Das ist schockierend. Oh nein, ich hab mein Tassengeld verloren. Mama wird zu wütend sein. Zu wütend. So, was haben wir hier noch alles? Sonst wäre ganz genau umsehen, ne? Mi hombre, ist so aufgeregt wegen der Öffnung morgen. Schwupp, schwupp. Einfach nichts, halt die Arm oder so. Der Weg ist nicht weit, aber los, Monstros, die Monster, sie lauern da draußen. Ich werde es wert und seht mitnehmen müssen, sonst kriegen mich die Bieste. Boah, supuestro. Klar, ich nehme auch die Heikräuter mit, nicht, dass wir uns verletzen. Also, baut ihr eine Brücke zu einem Ort, an dem anscheinend viele Monster hausen, oder was? Dass du klug bist? Ich weiß ja nicht. Mal sehen, mal sehen. Wir sind ja da, ne? Die Backup-Lösung ist schon vor Ort, wenn alles schiefläuft. No, estoy bromeando. Bei meiner Seele so ein tollpatziges Ding wie dies wäre im Leben noch nicht untergekommen. Lola, Siento, es tut mir so leid, ihr habt die Herberge verlassen müssen, um mich herzubringen, perdón. Aber, aber, kleines Notepreocoppes, keine Sorge. Nun, Senior Salvador, wie arg ist es? Also, gebrochen ist sie nicht, denn allmächtigen sei Dank, es ist nur eine Prellung. Es ist muy importante, dass sie eine Weile stillhält. Fürs Erste muss sie conmigo hierbleiben bei mir. Aber, Senior Salvador, Mitrabajo, meine Arbeit, ich habe so viel in der Herberge zu tun und ich habe euch so viele Umstände bereitet. Suffiziente, genug von diesem Unfug, hier bereitet mir keine Umstände, ich bin Arzt und ihr seid meine Patienten. Ich lasse euch bis zu diesem Zustand zurück an die Arbeit gehen, ihr müsst eure Zeit nehmen, gesund zu werden, alles andere kann warten, klaro. Boa, Ora, fürs Erste sollte Antonia bei mir bleiben. Madre, mir, und das, wobei uns so viel los ist, der irgendeine Öffnungsfeier morgen. Escuchame, Antonia, hör gut zu, du musst sobald es geht gesund werden, de acuerdo, verstanden? So, so, hier haben wir also auch ihre Probleme, gibt's da wieder was Interessantes, medizinische Fachbücher liegen sauber aufgereiht im Regal und es gibt viel zu wenig interessante Sachen. Oh, eine Flasche Weihwasser, na gut, ist aber mit Schutzaura auch irgendwo egal, braucht man nicht mehr wirklich. Ups, meine Güte, so, was haben wir denn hier? Ein Heilkraut und noch ein Heilkraut und was ist in der Kiste? Es ist ein Stein des Überlebens, der könnte auch noch sehr brauchbar sein, Bücher über Architektur und Design, ein Grimoire springt aus dem Regal, na gut, das sollte kein Problem sein. Du bist in Nullkomma nichts tot, das sag ich dir direkt, ja, aufs Gesicht sag ich dir das zu. Feuersäule, wahrscheinlich reicht ein einziger Was ist das eigentlich? Ja, so stimmt, das war das, ja. Ein einziger Schlag reicht wahrscheinlich aus oder so. Bäm, Flammenball, wow, du machst jetzt noch mehr Schaden durch den Zauberstab, ne? Oder ne, das war die Brille, stimmt, die macht Weisheit plus. Was ist das denn? Das sieht da abgefahren aus. Ein Gemäld, das den Urtaum der Stadt zeigt. Chris spürt, dass eine seltsame Macht davon ausgeht. Ja, das sieht irgendwie echt finster aus, ne? Gar nicht so gesund. ein echt gruseliges Bild irgendwo, ne? Ein bisschen, finde ich schon. Hat eine sehr finstere Stimmung. Der Urtaum ein Geheimnis hat, wer weiß. Wir gehen erstmal kurz raus, ja, dann speichere ich und beim nächsten Mal sehen wir uns weiter um. Wie immer erstmal Stadt inspizieren und so, ihr wisst ja, wie das ist, ja? Dragon Quest Standard halt, man will alles sehen natürlich, klar, man will nichts verpassen, dann ist man auch immer gut mit dabei, itemtechnisch und so weiter. So Leute, auf jeden Fall, ja? Wie immer natürlich vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Dragon Quest 7. und bis zum nächsten Mal. und bis zum nächsten Mal.